Heute erstellen wir eine magische Farbwechselkarte, eine Magic Color Changing Card mit digitalen Produkten von Whimsy Stamps. Ich verwende außerdem Sketch Nummer 7 von Kendra's Card Challenge Nummer 14. Mein Name ist Julia und ich bin eine begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julis Kreativschatzkiste. Wenn ihr meinem Kanal ein bisschen folgt, wisst ihr sicher, dass es bei Kendra's Card Challenge viele großartige Sponsoren gibt. Und einer von ihnen ist Whimsy Stamps. Whimsy Stamps hat mir und einigen meiner Design Team Kollegen und Kolleginnen großzügig ein paar Produkte zur Verfügung gestellt, die ich heute in diesem Video verwende. Dieses Video ist übrigens die deutsche Fassung eines englischen Videos, das ich als Teil eines Giveaway Hops gemacht habe. Später dazu mehr. Jetzt fangen wir erst einmal an zu basteln. Hier sind die Papiere, die ich mir ausgesucht habe. Digitale Papiere, Aquabreeze Papers heißen sie. Whimsy Stamps bietet auf der Homepage nämlich digitale Downloads an, sodass auch wir in Europa von den Produkten von Whimsy Stamps profitieren können. Ich habe mir drei Papiermuster ausgesucht und diese zusammen auf einem Blatt Papier A4 arrangiert. Dazu kann man entweder PowerPoint oder Keynote oder jedes andere Grafikprogramm am Computer verwenden. Das Gute ist, ich habe mir vorher überlegt, wie viel Papier ich brauchen werde und drucke nur so viel, wie ich brauche und nicht mehr. Als Fokusbild für meine Karte habe ich mir diese Biene ausgesucht, die aus dem Be Happy Digital Stamp Set stammt. Da sind mehrere Bienen enthalten und sind alle wirklich süß. Die Links zu den Produkten, die ich euch zeige, sind übrigens in meiner Beschreibungsbox. Ich habe sie jetzt dreimal ausgedruckt, brauche sie in Wirklichkeit aber nur einmal auf Papier ausgedruckt. Aber ich habe sie mir auch in derselben Größe aus Wellum ausgedruckt. Das ist wichtig für meinen Farbwechselmechanismus. Man könnte natürlich auch eine bedruckbare Folie verwenden, aber ich habe keine gehabt, daher war Wellum die nächstbeste Alternative. Das ist der Sketch Nummer 7, den ich heute verwenden werde. Ihr seht hier in der Mitte ein 3 Inch Quadrat und dieses Quadrat wird mein Farbwechselmechanismus werden. Ich habe also damit begonnen, mir einen 3 Inch Quadrat auszuschneiden, sozusagen als Vorlage. Dieses 3 Inch Quadrat verwende ich dann, um mir anzuzeichnen, wo ich mein Papier ausschneiden soll, damit ich die Biene genau in der Mitte von meinem 3x3 Inch Quadrat habe. Ich lege mir das Papier also so an, dass ich die Biene in der Mitte habe und markiere mir dann die äußeren Linien, sowohl links und rechts, als auch oben und unten. Damit habe ich die Schnittlinien für meinen 3x3 Inch Quadrat. Es ist ja ein Vorteil der Digi-Stamps, dass ich die Größe vor dem Drucken auf das benötigte Format anpassen kann. Um sicher zu gehen, dass meine 3x3 Inch Quadrate aus Papier und aus Wellum deckungsgleich sind, lege ich sie mir hier genau übereinander und dann klebe ich sie mit einem nicht stark klebenden Klebeband zusammen. Und dann lege ich beide Papiere so gemeinsam in meinen Trimmer und schneide mir das Quadrat an den vorher angezeichneten Schnittlinien aus. So kann ich sicher sein, dass diese beiden Quadrate genau übereinander passen. Jetzt werde ich die Biene mit meinen Alkoholmarkern ausmalen. Ich habe vorher ein paar Farben ausprobiert und als ich die Farben ausgewählt habe, habe ich darauf geachtet, dass sie zu den Farben meiner digitalen Papiere passen. Ich habe versucht immer zwei verschiedene Schattierungen, dasselbe Farbe zu verwenden, um die dunkleren Schatten im Bild zu erzeugen. Ich habe mit helleren Farben angefangen, aber später habe ich gemerkt, als ich das Wellum auf das Papier draufgelegt habe, sind die Farben gedämpft gewesen und hell. Also werdet ihr sehen, dass ich die Farben später noch ein bisschen dünkler mache. Während ihr mir also zuschauen könnt, wie ich die Biene ausmale, ist das wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt, um euch ein bisschen mehr über Kendras Card Challenge zu erzählen, falls ihr die noch nicht kennt. Kendras Card Challenge ist eine vierteljährliche Herausforderung, bei der Kendra vom YouTube-Kanal Cards by Kendra ein kostenloses PDF zur Verfügung stellt. In diesem PDF sind 15 einzigartige Kartenskizzen, die aus sechs Blättern Designpapier im Format 6x6in hergestellt werden können. In dem PDF sind nicht nur die Maße der einzelnen Skizzen enthalten, sondern es gibt auch eine Schnittvorlage für das Designpapier. Es macht wirklich großen Spaß und man kann sogar tolle Preise gewinnen, wenn man an der Challenge teilnimmt. Um teilzunehmen, muss man nur ein Foto aller 15 Karten, die man mit der Kendras Card Challenge erstellt, ins passende Album der Facebook-Gruppe Kendras Card Challenges hochladen. Diese ist in meinem Beschreibungsfeld verlinkt. Dort findet ihr auch den Link, wo ihr das kostenlose PDF herunterladen könnt. Ihr müsst Patreon beitreten, aber es ist völlig kostenlos. Es gibt übrigens auch kostenpflichtige Optionen für Kendras Patreon, die sind mit tollen Goodies und Extras verbunden. Insgesamt könnt ihr einmal in jedem Monat, also dreimal pro Quartal an der Challenge teilnehmen. Ich hoffe wirklich, dass ihr es probiert. Und weil ich ja schon die tollen Preise erwähnt habe, wie ich schon gesagt habe, ist dieses Video die deutsche Version von einem englischen Giveaway Hop Video. Den Link zu meinem englischen Video und zur gesamten Playliste des englischen Giveaway Hops findet ihr in meinem Beschreibungsfeld. Schaut euch doch alle Videos an, die sind zwar auf Englisch, aber ich bin ganz sicher, dass meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Design Team euch mit den Produkten von Moem Systems großartig inspirieren werden. Im englischen Video und dessen Beschreibungsfeld findet ihr auch die Möglichkeit, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. So, und damit sind wir auch schon wieder fertig mit dem Ausmalen meiner Biene. Ich mag sie sehr. Sie ist wirklich schön geworden. Ich glaube, hier kann man auch wieder sehen, dass die Farben gedämpft sind, wenn man das Wellum darüber legt. Der Effekt gefällt mir allerdings irgendwie. Wenn ihr auch Wellum für eine Karte mit einem magischen Farbwechsel verwendet, kann ich euch nur empfehlen, dunkle und kräftige Farben zu verwenden. Übrigens habe ich hier noch ein paar orange Punkte um die Biene herum ergänzt. Im nächsten Schritt ist es an der Zeit, die digitalen gedruckten Papiere in den angegebenen Maßen für Sketch Nummer 7 zuzuschneiden. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass die Skizzen für das amerikanische A2-Format erstellt wurden. Diese Karten sind zwar gleich breit, aber etwas kürzer als unsere europäischen A6-Karten. Also habe ich die Maße ein wenig angepasst, indem ich das blaue und das grüne Papier, das ihr auf der Skizze gesehen habt, einfach verlängert habe. Das Quadrat in der Mitte ist unverändert mit 3 Inch, wie in der Skizze angegeben. Dann habe ich noch die Mattierungsschichten aus cremefarbenem Papier ausgeschnitten, wo notwendig. Und hier ist ein erster Blick darauf, wie meine Karte später aussehen wird. Diese dunkelgelben Papierstreifen schneide ich mal mit einer Länge von 3 Inch aus, da das die Breite des Quadrates ist. Die Höhe mache ich etwas größer als in der Skizze angegeben, weil ich sie für meinen Farbmechanismus später etwas anpassen muss. Mein Farbwechselmechanismus funktioniert ja so, dass ich einfach ein leeres Papier zwischen meinen Wellum und meine bemalte Biene einfügen werde. Die Biene ist zuerst schwarz-weiß und wenn man das Papier herauszieht, wird sie farbig. Um diesen Schlitz an der Oberseite schön zu gestalten, in den das Papier eingeschoben wird, schneide ich mir hier ein Papier zu, das 3 Inch breit ist, aber 3,25 Inch hoch. Und dann mache ich mir an dieser längeren Seite bei 3 Inch eine Falzlinie, die ich dann gut mit meinem Bonefolder verstärke. Diese Lasche, die ich damit kreiere, biege ich um und darunter klebe ich mein Wellum fest. Dann kann das Papier beim Hineinstecken und Herausziehen auch nicht stecken bleiben. Natürlich sieht man die Biene so nicht, also muss ich aus meinem Papier jetzt noch die Mitte ausschneiden und einen Rahmen daraus machen. Ich schneide mir also einen Rahmen mit einem Viertel Inch Breite zu. Dafür gibt es Tools und wie ihr seht, habe ich mir so eins zugelegt. Ihr könnt aber auch ganz normale quadratische Nesting-Teils dafür verwenden. Diese Lasche, die ich vorher gemacht habe, ist die ganze Zeit umgeklappt, während ich den Rahmen ausgeschnitten habe. Damit habe ich auch die Lasche ein bisschen gekürzt und mitgeschnitten. Jetzt habe ich alle Teile zusammen für den vorderen Teil meines Farbwechselmechanismus. Ich beginne jetzt damit, die gelben Streifen mit einem Tape-Roller auf das Wellum zu kleben. Das klebt sehr gut auf Wellum. Ich richte dabei nicht die unteren Ränder der Papiere aus, sondern ich platziere die gelben Streifen so, dass die Biene schön in der Mitte und gut sichtbar ist. Anschließend schneide ich den überstehenden Teil des gelben Papiers einfach ab, genau an der Kante des Wellums. So ist das Quadrat am Schluss wieder drei Inch groß. Im nächsten Schritt verwende ich wieder meinen Tape-Roller, um den Rahmen auf mein Wellum aufzukleben. An der oberen Kante platziere ich das Wellum zwischen den Rahmen und der Lasche, die ich zuvor gemacht habe. Auf diese Weise habe ich eine schöne Oberkante, die später für den Mechanismus wichtig sein wird. Auf dieselbe Weise wie zuvor habe ich mir noch ein Papierstück ausgeschnitten mit 3 Inch Breite und 3,25 Höhe mit einer Falzkante bei genau 3 Inch. Bei diesem Quadrat schneide ich aber keinen Rahmen aus, sondern hierauf klebe ich meine angemalte Biene. Hier ist der Unterschied zu meinem Wellumteil, dass diesmal die Faltlasche nach vorne gefaltet ist, sodass sie schlussendlich dann oben auf mein angemaltes Papier aufgeklebt wird. Auch hier dient es dazu, eine schöne Oberkante zu haben und dass das eingeschobene Papier nicht hängen bleibt. Weil ich ja sowohl das Papier als auch das Wellum gemeinsam ausgeschnitten habe, passen beide weiterhin genau übereinander und sind deckungsgleich. Dann habe ich noch einen Rahmen ausgeschnitten aus einem 3 Inch Quadrat mit einem Viertel Inch Breite. Da schneide ich dann die Oberseite ab und ich klebe ihn auf das Papier mit der ausgemalten Biene. Der Zweck dieses Rahmens besteht darin, eine Lücke zwischen meinem Wellum und dem Papier zu schaffen und es dadurch einfacher zu machen, ein Stück Papier zwischen diesen beiden Stücken einzufügen und herauszuziehen. Da wir gerade von diesem einfachen Papier sprechen, schneiden wir es jetzt doch gleich zu. Es hat eine Breite von 2,5 Inch, nämlich die 3 Inch des Quadrates minus jeweils ein Viertel Inch die Breite des Rahmens auf beiden Seiten. Da ich zum Herausziehen des Papiers eine Art Zuglasche brauche, lasse ich die Länge des Papiers bei etwa 3,5 Inch. Bevor ich die Zuglasche ausschneide, klebe ich aber erst einmal alle Teile meines Kartensketches zusammen auf meine Blankokarte. Zum Befestigen meines Bienenquadrates verwende ich ein Foam-Tip, um mehr Dimension zu erhalten. Aber bevor ich meinen Mechanismus auf die Karte klebe, klebe ich erst die Vorder- und die Rückseite des Quadrates zusammen. Jetzt teste ich hier zum ersten Mal den Mechanismus. Zum Glück funktioniert es. Um meine Zuglasche jetzt zu konstruieren, verwende ich diese Stanze, die ich bei der Hand gehabt habe. Man kann das natürlich auch mit einer Schere zuschneiden oder einfach so lassen, wie es ist. Aber ich mag diese Stanze sehr gerne. Die Lasche habe ich verstärkt, indem ich sie nochmal ausgeschnitten und mit Flüssigkleber auf meine erste Lasche geklebt habe. Dann habe ich ein Loch in die Zuglasche gestanzt und ich nehme diesen gelb-weißen Faden, der perfekt zu den Farben meiner Karte passt. Und den habe ich hier durchgefädelt. Das schaut wirklich nett aus, oder? Das Einzige, was meiner Karte jetzt noch fehlt, ist mein Sentiment, meine Großbotschaft. Hier habe ich eigentlich geplant, dieses Happy Birthday in dem Kreis zu verwenden. Die Blumen, die ihr seht, waren auch im digitalen Paket enthalten und die habe ich einfach digital zu diesem Kreis dazugefügt. Als ich das ausgeschnitten habe, hat mir aber dieses Weiß auf der Karte nicht gefallen, weil alle anderen Papiere auf der Karte nicht rein weiß, sondern eher cremefarben sind. Also habe ich das Sentiment noch einmal auf cremefarbenem Papier ausgedruckt. Leider war meine Kamera dann nicht eingeschaltet, aber ich habe die Blumen hier noch orange ausgemalt und auch den Rand des Kreises in orange eingefärbt. Und dann habe ich den Kreis mit einer doppelten Schicht Schaumstoffband auf meiner Karte befestigt. Und das ist meine fertige Karte für heute. Habe ich erwähnt, dass diese Biene so süß ist? Mir gefällt sie wirklich. Wie gefällt euch die Karte? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir da lasst oder sogar meinen Kanal abonniert, falls ihr das nicht schon getan habt. Vergesst nicht, euch die vollständige Playlist für den Giveaway Hope auf Englisch anzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus!